Aredo Beats Jo Leute, die VR2 ist vorbei und bevor es ins Achtelfinale startet, kommt noch die Vorrunde 3. Hier gibt es wieder 3er-Battles, aber in jedem 3er-Battle kommen auch 2 Leute weiter und diesmal müssen wirklich alle ran. Die letzten 8 Leute müssen jetzt auch battlen. Das Bewertungssystem ist nun im vollen Umfang. Video wird bewertet. Die Frist ist 2 Wochen bis zum Samstag, den 2. Februar. Wer seinen Gegner nicht richtig disst, also nur 1 von 2 Gegnern disst, bekommt auch nur die Hälfte der maximalen Punktzahl, also 2 Punkte. Also disst auch wirklich beide Gegner. Paarung Vorrunde 3 Gruppe A Legas gegen Kaleibo gegen Barracuda Gruppe B Elvo gegen Der Captain gegen T-Pose C Karam gegen LFR269 gegen T-Rap Gruppe D Satan gegen Toonilex und Black Panther gegen Taito Gruppe E LCS gegen Dexter gegen Hupon und Solution Gruppe F Vardim gegen Uncle P gegen Dead by Nature Gruppe G Jesse gegen Triforce gegen Screams Gruppe H Raptator gegen Psycho gegen A Gruppe D